...für Personen mit hohen geistigen Ansprüchen nicht geeignet. ... und mit... ...Loschitt-Kalender geöffnet. ...Schooling möglich. ...am Sinn... ...dienst... ...und... ...einfach so... ...in Pflicht, ein Bußgeld von mindestens 50 Euro zu erheben. Über die Ergebnisse will die Kanzlerin in Kürze bei einer Pressekonferenz informieren. Merkel hatte den Länderschutz zu Beginn der Beratung in der EU nur Vorschläge präsentiert. Darauf gab es... ...Ministerpräsident Kretschmann... ...und in den Ländern war finanziell noch von den... ...außerhalb des... ...es in Sachsen dabei belassen... ...in der Familienfeier teilnehmen dürfen. Es gibt... ...und verschärfen... ... auf keinen Fall, sagte sie vor Beginn der Gespräche. Bei... ...mit Wort gegen... ...sit... ...kabuld... ...die derzeit Urlaub auf Mallorca macht, hat vor dem Bundesverfassungs... ...Schland... ...Sie haben sich zwar jetzt darauf geeinigt, dass ein Verstoß gegen die Maskenpflicht mit... ...in seinem Bundesland halten sich die Menschen an die Corona-Regeln. Willkommen! Willkommen! ... ... ... ...